Ja, und damit heiße ich euch wieder Willkommen zurück zu Minecraft, zu einer neuen Aufnahme. Wir haben letztes Mal noch, die Aufnahme ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, angefangen mit dem Weg dorthin. Wir haben die Schaufeln schon gemacht, okay, das wollte ich wissen. Ein Creeper oder sonst irgendwie, was ist nicht in der Nähe? Nö, sieht nicht danach aus. Ähm, eine Sache, die mir vielleicht jetzt einfällt, weil ich die auch nochmal machen wollte. Wo waren die denn? Ressourcenpakete, ne? Ähm. Ältere Version. Ah, okay. Dynamics, Skies. Inkompatibel, okay. Ah, okay, also wir können keine neuen Texturen nehmen. Wegen der Version und dann... Ich will es jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren. Ich will nicht, dass die Karte geschottet wird, weil ich habe, glaube ich, noch einen sehr alten Stand von der Karte. Also existiert hier die Staffel auch nicht und das möchte ich dann jetzt äh, nicht riskieren. Ja, dann spielen wir halt das normale Minecraft. Erstmal. Ich will nur wissen... Wie... Wie... ...viel... ...muss man hier denn jetzt wegnehmen? Schon eine Menge, ne? Hm. Naja. Ich mach's mal so. Das lass ich jetzt einfach mal. Wir wollten es ja so machen, ne? Dann hier nämlich ein kleines Zweierweg nur. Nehmen wir das hier mal weg. Ich nehm jetzt einfach mal das hier noch weg, so gut es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir damit schon auskommen und den Weg so ein bisschen schräg machen dann. Oder ob wir wirklich sagen, pass auf. Das hier kommt als Zweck. Ja, vielleicht angenommen. Auf jeden Fall. So, ja, das reicht. Das reicht definitiv. Machen wir das nicht so bis hier hin. Mh, ich bleib erstmal hier. So, bis hier. Und den anderen Weg schauen wir mal. Wie wir da so rumkommen, ich meine ganz echt, das ist doch echt. Das ist das dümmste überhaupt hier, sowas. Das nützt dir ja gar nix. Vor allem hier ist Sand drin. So, vom Enderman wahrscheinlich. Brauchen wir nicht. Brauchen wir hier überhaupt nicht. So, dann können wir hier ringsherum alles schließen. Dann haben wir das hier auf jeden Fall schon mal. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, ja, wie wir hier hinkommen. So, noch einen Tunnel bauen, ja, kann, kann man machen. Möchte ich eigentlich dafür aber auch nicht. Vor allem, weil es ja hier in dem Bereich ist, also wir können es probieren. So, so wir schauen uns das gleich jetzt einfach mal an. Wir machen das erst mal weg. So, dann geht's so gerade aus, ne? Wir könnten vielleicht so einen Hang machen. Das wäre vielleicht nicht möglich. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit wir da kommen. Muss der erst mal weg. Hmm. So, wenn wir jetzt hier uns entlanghangeln, das ist die mittlere Linie, okay, wir versuchen uns das mal so ein bisschen zu merken, das ist also die mittlere Linie, damit ich mir das jetzt gleich merken kann. Vielleicht würde 100 pro wieder irgendwo anders langlaufen. So, das ist die mittlere Linie, dann geht das hier, ups, ein Klick zu viel, ist ja hier, ne, mittlere Linie geradeaus, das ist sogar gut, dass wir das weggemacht haben. Weiter hier hin, dann kommen wir tatsächlich schon hier hin, also tatsächlich müssten wir dann so lang gehen. So, dann können wir Holz mitnehmen, dann ist das auch schon mal. So. Nein, so weit wollte ich nicht. Ich mache das jetzt erstmal so grob, dass wir wissen, wo wir hin müssen, mit dem Weg. So, ganz hier hin, hier hin, hier hin. Ich weiß nämlich gerade nicht, fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube ab hier machen wir auch noch den normalen Weg hin, also kein Kiesweg, den würde ich vielleicht wirklich erst so ab hier irgendwie machen. Dass das hier einfach nur schnöde Erde ist, das war jetzt auch wieder sehr schlau ausgedacht, ne? Und wir machen den Weg mal weg und, naja. Aber ich war mir da wie gesagt nicht ganz so sicher, wie wir das jetzt machen. So. So, dann können wir auf jeden Fall hier, ich dachte jetzt, wir machen da Kies rein, aber, ja. Ich war wieder bei einem anderen Projekt, wo wir das nicht brauchen werden. So, dann können wir das nicht so lassen. Dann brauchen wir nur 5 Milliarden Schaufeln, um den Weg hier machen zu können. Das tut mir halt auch ein bisschen weh wegen diesem Stahlschaufeln, also Eisenschaufeln. So. Ich würde vielleicht sogar erstmal nach Hause gehen. So, da ist keiner, da ist auch keiner. Dann mal schnell hier rein. Ich weiß nicht, was die Hunde haben, was die sehen. Ähm, dann packen wir das hier hin. Das packen wir jetzt einfach mal hier oben hin. Die drei Erde können wir da hinpacken. Holz haben wir da. Holz haben wir da. Pilz haben wir jetzt auch. Steine haben wir da. Okay. Auch noch zusätzlich. Komm, wir haben genug Stein. Dann machen wir uns Steinschaufeln daraus, weil ich möchte jetzt tatsächlich ungern die ganzen Eisenschaufel dafür verwenden, wenn wir den Weg dahin zaubern. Ich nehme vorsichtshalber auch nochmal den Stack mit. Aber erst nachdem wir schlafen gehen. Oh, einer da. Keiner da. Gut. Jetzt so hinterm Baum zischen und Buben und alles. So. Dann ab hier rauf. Und dann schauen wir mal jetzt. Die Bäume müssen eh alle weg. Wir könnten das hier dann auch alles glatt machen. So. So. So, dann kommt das hier weg. Das mit den Bäumen regeln wir oder richten wir dann später mal. Den hier kann ich wohl wegnehmen. Hier wird dicht gemacht. Dann können wir den hier auch noch wegmachen. Mit den Bäumen. Da bin ich ja echt ein bisschen... Also es wäre echt schön, wenn die wie früher einfach normal verschwinden würden. Wirklich so der Baum, der es war, der verliert seine Blätter. Der Rest bleibt stehen und nicht irgendwie so. Also die verbinden sich und alles ist... Das ist irgendwie schmerzen. Also tut mir leid. Das verstehe ich auch bis heute irgendwie nicht. Hm. Okay. Gut. Gut. Machen wir die hier auch weg. Ja, das ist jetzt natürlich... 1, 2, 3. 2 haben wir nur gebraucht. Okay. Und dafür verschwinde ich jetzt nicht die Schaufel. Dafür schon. So. Sticks haben wir. Wir können ja vielleicht erstmal den Weg so machen. Warum bin ich ganz falsch? Was den Weg angeht. Mal wegflüfen, wir machen mal hier weg. So. So. Dann kann das de-sporten. Dann nehme ich einfach jetzt mal wieder die Eisenschaukel, weil das ja wegkommt hier. Aberat ist halt gerade so locker und zwar. Wenn ich so wenigstens jetzt zum Beispiel. Ich hab's hier. Ich hab'n. Ich hab' nicht nicht gedacht. ? Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Dann reißen wir das auch alles ab, ich sag mal was hier, was abreißen, dann gehen wir auch bis hier her, machen das so ein bisschen schön, da ist dann ein bisschen Erde auch wieder. So, der Baum kann ja stehen bleiben, setzen wir einfach so wieder hin. Ja komm, so, weil dann können wir den hier nämlich, das ist doof, jetzt ist das sehr sehr durch. Wahrscheinlich ist es nur ein Stamm, nein es sind zwei Stämme, okay gut. So, dann haben wir hier nämlich schon mal den Weg, können die Schaufel hier verbraten. Ich habe es gerade gesehen, ja. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe mich gerade gewundert, warum die noch da ist und nicht kaputt ging. So, können wir den Weg hier auch fertig stellen, dann ist der Stein hier raus, wir haben wieder ein bisschen Stein. Und zumindest den ersten Teil vom Weg fertig. Ja. Ja. So. So, dann können wir das hier auch mitnehmen. Das ist dann Lücke, ist jetzt auch egal. Lücke kann da bleiben, sieht ja eh keiner. Die nehmen wir mit. So. 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 Na komm, das mag ich irgendwie nicht so. 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 So ist okay. Dann muss der Baum aber noch weg. Also der kann doch nicht bleiben. So. So. Jetzt ist trotzdem eine Lücke drin, aber ist egal. Stört keinen. So. Das kann bleiben, der Baum muss jetzt allerdings weg. Ich mache es mal provisorisch. Ich würde gerne das, diesen Fluss hier, würde ich gerne behalten, dann mache ich es mal provisorisch. Hier machen wir die Gruppe. Und dann müssen die hier aber alle weg, dann ist ja echt das Federball weg. So, das haben wir. So, das haben wir. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir.